Hallo zusammen, wie ihr seht, bestes Wetter für Survival. Ich bin heute im Camp und da ist auch schon der erste Kurs und wie gesagt, Schnee, ich wollte ja immer Schnee haben und geniessen morgen soll es wieder besser werden, aber es ist doch toll wenn es ein bisschen Schnee hat und die Leute hier sind schon mitten im Training. Wowdrill hat mir schon vorbei, jetzt ist es beim Fallenbau. Und ja, ich muss da auch wieder rein, dass wir ein bisschen besser geschützt unter den Tannen. Aber hier noch ein paar Impressionen von unserem Kurs und herrlich wie es schneit, wunderschön. Ich versuche noch etwas steiler zu halten. Ja, genau. Und gut die Kante suchen. Versuch mal über die hier. So, dass du es so hättest und da drüber schläfst. Versuch abzuschleifen. Abzuschleifen? Es sieht aus, als würde es so weit rutschleifen. Und weg. Und jetzt wieder reinziehen. Ja, herrlich. Jetzt habe ich verstanden, was man mit hinten runter drückt. Das hätte ich doch schon vorher sagen können, oder? Spass doch. Aber ich habe nicht verstanden, was du meinst mit hinten. Ja, ja. Ich habe es so nicht verstanden. Komm schon. So. Dann ist es lieber mal circa zu weit oben. Nicht zu fest drücken von oben runter. Ja, sehr gut. Nicht hastig werden, gleichmässig. Sehr gut. Genau so weit das machen. Komm. Also der... Ja, der ist viel instabiler. Krass. Uah, der Schiss, ey! Krass. Krass. Genau so weit das machen. Sehr schön. Schöne Züge durchziehen. Weit das machen, aber den Bogen nicht hinten runterdrücken, sonst kommt die Schnur hoch. Wie meinst du hinten runterdrücken? Du drückst mit dem Bogen hinten runter, so kommt die Schnur nach oben. Aha. Ah. Inzwischen verbrennst du den Finger. Hört sich ein wenig Druck von oben runterdrücken? Irgendwann! 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 Der Segelhörn! Schures Schnellen! Druck zu gehen! Ja! Druck zu gehen! Ah! Das ist schwer. Gut, und jetzt ... das Nest vorne ein wenig zu drücken, leicht zu drücken. Zusammen drücken jetzt so. Zusammen drücken jetzt. Ein wenig schliessen, ein wenig schliessen. So, so schliessen, so. Zusammen drücken, dass das drunter ist. Aha. Ja, und jetzt die Blase. Aufheben, das Zeug. Aufheben. Gut. Gut, das kommt, ja. Weiter blasen, weiter blasen. Jetzt weg. Und aufheben immer, das dann auch. Jetzt wieder rein. Länger blasen. Sehr gut. Sensationell. Aufheben. Aufheben. Unuffo. Jetzt kannst du etwas festen blasen. Testen. Nur mehr, nur Blasen. Okay. Blasen. Ja, perfekt. Super, du kannst die Feuerstelle nicht fallen. Sie haben gesehen, es geht, es funktioniert. Bravo! Bravo, Kistlam, bravo. So, jetzt gehen wir ins Baubereich, aber Matti ist schon fertig. Jetzt könnt ihr euch erholen. So, jetzt geht's los. Du machst es einfach zu gut. Also richtig. Ich bin sehr überzeugt. Gute Stimmung im Survivor-Kurs erkennen. Ich bin sehr überzeugt. Ich bin sehr überzeugt. Ah, Müller. Ah, Müller. Ah, ich habe das Modell-BB-Gurschen. Ja, da geht es langsam raus. Nein. Einer geht aus. Du bist schon aufgeschickt. Du schützt ihn auf später. Das ist der Letzte, was sie noch bringen. Ja, es ist 7 Uhr morgens. Es hat aufgehört zu schneien. Aber es ist schon frisch. Ja, aber... Ich werde jetzt mal Feuer machen. Und dann die Jungs und Mädels wecken. Feuer raus. Ja. Du schon? Das ist Schweine. Nein. Mumosa. Schwier mal wieder. Das ist fast 40 für den Ophiark. Das ist die letzte Linie. SWR 2022 WDR 2022 WDR 2022 WDR 2022 WDR 2022